Die Entwickler der Erpressor Software Petia, Goldeneye bzw. Semisha haben den Master-K im Internet preisgegeben. Was bedeutet das für euch? Das erkläre ich euch nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Reni Steljes, ich bin Gründer vom SRT-Service und im heutigen Video habe ich eine gute Nachricht für die Opfer von Petia, Goldeneye und Mischa. Der Schlüssel, mit dem die Dateien verschlüsselt wurden, ist im Internet aufgetaucht und das bedeutet, dass Kunden bzw. Opfer, die diesen Virus auf dem Rechner hatten und die Dateien verschlüsselt wurden, jetzt die Möglichkeit haben, die Dateien wieder zu entschlüsseln, sofern diese Dateien noch existent sind. Das ist an sich schon mal eine sehr gute Nachricht und wird vielleicht den einen oder anderen wirklich für Erleichterungen sorgen. Somit ist es betroffenen Personen nur zu raten, entweder zum Fachmann zu gehen und der Fachmann kümmert sich um die Entschlüsselung oder, ich habe vorhin im Internet gesehen, es gibt auch schon die ersten Tools, mit denen man das als Laie selber probieren kann. Wobei ich hier dazu sagen muss, ein bisschen technisches Know-how ist Voraussetzung und im Zweifelsfall doch lieber der Weg zum Fachmann, denn bevor ich hier irgendwas falsch mache und mir Dateien abhanden kommen, dann gehe ich doch lieber den sicheren Weg, wäre meine Empfehlung. Nicht ganz so gut sieht es für die Opfer von NotPetya auf, das ist ja die aktuellen Gehenwelle, während Petya, Goldeneye und Mischa ja letztes Jahr sehr aktiv waren, ist ja jetzt aktuell NotPetya dieses Jahr in aller Munde gewesen. Der Schlüssel ist leider noch nicht veröffentlicht, aber trotzdem zeigt diese Nachricht doch ganz genau, dass man die Hoffnung nicht ausgeben sollte und verschlüsselte Dateien notfalls wirklich aufbewahren sollte, denn ich kann Glück haben, was dieser Schlüssel bekannt wird und dann kann ich entsprechend reagieren. Was mich jetzt interessieren würde, wart ihr auch Opfer von den Trojanern? Was habt ihr gemacht, wo es passiert ist, falls ihr Opfer gewesen seid? Habt ihr Lösegeld bezahlt? Habt ihr einen anderen Weg gefunden, wieder an die Dateien ranzukommen? Oder hat euch das Backup geholfen? Das sind so Informationen, mich würde es mal interessieren, wie das generell ausschaut, wie seid ihr da aufgestellt und würde mich freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren schreibt. Natürlich, wenn ihr Fragen dazu habt, auch gerne in die Kommentare, dann werde ich mir das Ganze mal anschauen und vielleicht kann ich euch da wieder Freude mit euren Dateien entgegenbringen. Und wenn es etwas intimer ist und es nicht öffentlich sein sollte, habt ihr hier auch die Möglichkeit, mich direkt selber zu kontaktieren und dann schauen wir uns das auch gerne mal gemeinsam an. Wenn euch dieser Tipp geholfen hat, freue ich mich über jeden Daumen nach oben und sofern ihr es noch nicht gemacht habt, dann habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, mich kostenlos zu abonnieren. Damit seid ihr immer auf dem neuesten Stand und bekommt immer sofort Bescheid, wenn ich solche Tipps raushaue. Bis zum nächsten Mal. Der Diener Untertitelung des ZDF, 2020